Buriram Buriram ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Nordost-Thailand. Die einst verschlafene Provinzstadt hat sich seit den 2000er Jahren zu einem boomenden Wirtschaftszentrum, Universitäts- und vor allem Sportstandort entwickelt. Hintergrund Buriram, der Ortsname bedeutet übersetzt Stadt der Freude, ist ursprünglich eine Gründung der Khmer, deren Reich mit dem Zentrum Angkor bis ins 13. Jahrhundert auch den Nordosten des heutigen Thailands beherrschte. Schätzungsweise 50 Prozent der Einwohner der Provinz Buriram stammen von den Khmer ab, viele haben sich inzwischen aber an die dominante Thai-Kultur assimiliert. Bis zur Jahrtausendwende war Buriram eine eher verschlafene Provinzstadt wie viele andere. Maßgeblich begünstigt durch die Kirchturmpolitik des einflussreichen Politikers und Strippenziers Nguyen-Chichop, dem sogenannten Paten von Buriram, hat sie aber einen erheblichen Boom erlebt. Die Rajabat-Universität Buriram hat ca. 10.000 Studenten. Der Fußballklub Buriram United hat seit 2011 fast jedes Jahr die Nationale Meisterschaft und den Pokal gewonnen und sogar international an der asiatischen Champions League teilgenommen. 2014 eröffnete der Buriram International Circuit als größte Motorsport-Rennstrecke Thailands, auf der auch verschiedene internationale Auto- und Motorradrennen ausgetragen werden. Mit dem Flugzeug Buriram verfügt über einen. Nok Air und Thai Air Asia bieten täglich Verbindungen von Bangkok-Donmang nach Buriram an. Die Flugzeit beträgt etwa eine Stunde. Der Flugpreis beträgt pro Person und Strecke ca. 2000, Air Asia, bzw. 2300 Baht, Nok Air. Sparpreise beginnen bei 590, Air Asia, bzw. 740 Baht, Nok Air. Stand März 2015. Mit der Bahn Buriram hat einen Bahnhof an der Nordostlinie, Bangkok-Ubonrath-Chattani, der thailändischen Staatsreisenbahn. Es gibt täglich neun Verbindungen von Bangkok nach Buriram. Die planmäßige Fahrtzeit beträgt zwischen 5.50 Uhr, Special Express, und 7,40 Stunden, Ort Ninari. Hinzu kommen oftmals Verspätungen. Die Fahrt in Zügen der einfachsten Klasse ist kostenlos. Im Special Express kostet sie 475 Baht, inklusive Mahlzeit. Stand März 2015. Zwischen Naconrath-Chattani und Buriram gibt es täglich 12 Verbindungen. Die planmäßige Fahrtzeit liegt zwischen 1.20 Uhr und 2,10 Stunden. Der Fahrpreis im Special Express 365 Baht. Nach Ubonrath-Chattani gibt es täglich 8 Verbindungen. Die Fahrt dauert nach Plan 2.20 Uhr bis 3,40 Stunden. Der Fahrpreis beträgt maximal 401 Baht. Die einfachsten Züge sind auch auf diesen Strecken kostenlos. Stand März 2015. Mit dem Bus die staatliche Busgesellschaft, De Transport Co., LTD, bietet täglich 11 Fernbus-Verbindungen von Bangkok, nördlicher Busbahnhof Mojit, nach Buriram und zurück an. Die Fahrzeit beträgt ca. 6 Stunden. Der Fahrpreis liegt je nach Wagenklasse zwischen 237 und 304 Baht. Stand März 2015. Auf der Straße auf der Straße ist Buriram 393 Kilometer von Bangkok entfernt. Die Stadt Buriram liegt an keiner großen Fernverkehrsstraße. Bis am Pö-Nang-Rong, Provinz Buriram, verläuft die Strecke über die relativ gut ausgebauten Nationalstraßen. Am 224. Die letzten 53 Kilometer geht es dann über die kleinere Straßennummer 218. Die Fahrzeit beträgt in der Regel etwa 4,45 Stunden. Nach Nachonra-Chassima sind es 130 Kilometer, knapp 2 Stunden. Nach Nkenken ca. 200 Kilometer, 2,45 Stunden. Sehenswürdigkeiten Aktivitätenbesuch im M.O.P.I.L.A. Stadion bei einem Spiel von Buriram United, einer der führenden Erstliga-Fußballmannschaften Thailands Auto- und Motorradrennen auf dem Buriram International Circuit, Thailands größter Motorsport-Rennstrecke. Jährliche Veranstaltungen M.O.P.I.L.A. Stadion M.O.P.I.L.A. Stadion